Ich bin nicht gerade sehr beliebt, aber gut, ich kann ja kämpfen. Ich liebe tote Männchen, am besten auf dem Teller, serviert, im Schnitzel, paniert. Dazu einen saftigen, leckeren, blutigen Rotwein. Brrr, macht mich das scharf. Gut, Gott, ich bin ja echt Vorteilspack, Superpack-Esel. Ja, jetzt kann man ordentlich mitnehmen. Das ist ja ganz wichtig. Ganz wichtig. Büroangestellter, wir müssen 300 Meter in die Richtung. Können wir uns da hinreißen? Ähm. Nö. Weil ich Gegner habe. Aber jetzt sind es keine Gegner mehr. Merkwürdig. Ich kann bei Gegnern nicht irgendwo hinreißen. So, jetzt so vielleicht. Nö, will nicht. Ich soll jetzt mal das Schiff zurück. Ja. Gut. Stimmt, von hier kam ich an der Nähe. Ich muss in die Richtung. Ähm. Ich komme nicht rüber. Oh, da kann ich zumindest an meiner Kampfkunst ein bisschen arbeiten. Wie? Hat der Militant was? Ja, Munition. Dankeschön. Du auch? Ja. Ähm. Du auch? Sorry. Das muss das sein. Ach, da ist er noch einer. Ich habe ihn gerade gesucht. Den lieben Mann. Ja. Am besten ist, ich werde hier so ein bisschen alles ausrotten, was hier rumkeucht und fleucht. Damit ich hier eine Ruhe suchen kann. Ich hoffe, die spawnen auch nicht mehr nach. Nicht, ey, ich kriege ja bestimmt lebenslängig. Die Werbedrohne hat mir nicht gefallen. So. Da hinten sind wir welche. Gut. Okay. Okay. Die Kamera drunter. Wo sind denn meine Feinde? Ach ja. Ich wollte trotzdem gerne da hinreißen. Du kannst am Kampf nicht schnell reißen. Ja, hier sind Amatzer für die Gegner. Ich muss ja hier alle töten. Wird das hier so eine kleine Aikio-Volke? Hä? Kann ich jetzt mal in Ruhe gucken, wie ich da hinkomme? Ich wusste es doch. So viel Säufer-Paradies hier. Kannst du dir einen neuen Automaten kaufen. Da. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ach ja. So, ich gehe jetzt mal ganz lieb hier runter. Ja, ich habe mich bloß, wenn wir hier rauskommen. Die Stadtmauer sind dicht. Hier vorne geht es ja auch nicht weiter. Gut, hier ist so ein kleines Blutbad, muss ich sagen. Da unten ist mein Schiff. Ich versuche hier rüber zu springen. Aber das Spiel lässt es jetzt einmal nicht zu. Hier komme ich auch nicht runter. Wahrscheinlich muss ich hier hoch, irgendwie. Von hier kam ich ja. Vielleicht geht man sich hier lang. Ich würde gerne hier durch. Ich würde gerne jetzt in mein Schiff. Okay, komme ich hier irgendwie runter? Am für Erkundung. Nee, jetzt, oh Gott, das finde ich jetzt noch nach oben. Oh, gut, ich kann mich auch nicht schauen. Gibt es einen Computer? Das ist aus. Was soll's. Aber eh schon hier verschissen. Okay. Cool. Haben wir hier irgendwas gehackt? Aber hier ist noch nicht weiter. Also kommen wir wieder runter. Ich kann mal gucken bei euch beiden hier. Ein Schrumpfgewehr. Okay. Damit kommt es bestimmt besser zurecht. Okay. Damit kommt es bestimmt besser zurecht.